So, willkommen zurück bei Botanicular Part 10. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ich muss nicht zuerst... Ja, schönes Willkommenskomitee. Ein bisschen zurechtfinden hier. Ähm... Oh, ist das was? Da gehen wir doch gleich mal hin. War das ein anderes Blatt, das vorher? Ja, auf solche Details achte ich mich natürlich wieder. Oh nein, geh weg. Nie mehr. Dieses scheiß Minispiel hat mich so traumatisiert. Wieso sind wir jetzt hier? Da wollte ich absolut nicht hin. So ein bisschen runter, da sind wir hier. Da müssen wir nochmal runter und dann links. Runter. Hier geht's nicht runter. Links. Jetzt aber, komm. Ja, klasse. Wenigstens sowas. Hier stimmt's. Ich denke, das brauchen wir auch mal noch. Böp. Die kleinen schreckhaften Viecher. Wir nehmen runter hier. Okay. Was ist hier? Oh. 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 Scheißen Dreck. Also weniger Gänge wäre es... Ah, gut. Okay. Ja, dann... Ja. Das war klar. Also ich hab's gehofft. Weil es alles nochmal Wege zu anderen Aufgaben gewesen wäre, dann wäre es langsam echt unübersichtlich geworden. Oh. 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 Hey. Okay. Okay. Cool. Riesige Schildkröte. Also ich denke mal, die dürfte riesig sein. Ja. Die ist... Definitiv ziemlich riesig. Okay. Prägen ist aber nichts. Hier? Waren wir da schon? Wahrscheinlich schon. Ja. Hier? Hallo. So. Oh. Noch von Geschichten, Opa. Dann erzähl mal. Fiese Riesenspinne. Boah, die Spinnen werden immer rösser. Immer rösser irgendwie. Fiese Riesenspinne ist... Ähm. Okay. Nicht explodiert. Auch cool. War es das schon? Okay. Danke. Na. Hier? Oder war das... Nicht so ganz. Hier hoch. Boah, echt jetzt? Hier? Leute. Hier waren wir schon. Hier? Waren wir da schon? Ja. Hier unten? Alter. Also wenn wir hier reingehen, kommen wir hier raus. Ja. Hier geht's zurück. Oben? Hier ging es, glaube ich, raus zur Schildkröte? Nicht. Hier ging es raus zur Schildkröte. Ja. Die ist. Nom, 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 nom. Guten Appetit. Hier muss doch irgendwas sein. Hier muss doch irgendwas sein. Sieh einer an. Huhuhu. Hier geht's, glaube ich, raus. Ja. Wow. Wir sind so gut. Irgendwie habe ich in Erinnerung, dass es jemanden gab, der diese Tröte haben wollte. Also, ich bin mir ziemlich sicher. Nein. Ach, nö. Die sind sehr hübsch gemacht, aber diese Animation geht so lange. Ja, ja, wir wissen, du bist ein mächtiges, fliegendes, rundes Ding, das leuchtet und uns Aufgaben gibt. Und Augen einen Mund hatten, so klein, dass wir das meditieren. Genau. Hier. Runter vielleicht? Hallo. Hallo. Runter. Oh. Du? Ja, wer war's? Ja. Oh, was ladet jetzt im Hintergrund? Seltsam. Okay. Bringt das was? Es wird hell. Das ist doch schon mal gut. Juhu. Wow. Können wir das machen? Ähm. Hallo? Da wollte ich gar nicht raus. Oh. Mhm. Klasse. Ja. Herrlich. Wie ich solche Rätselhasse. Moment mal, aber das geht ja gar nicht. Ah, hier können wir noch hin. Hier können wir... Boah, schon in drei Wege. Muss das sein? Ich hab's geahnt. So, der ist nett. Der hier? Müssen wir jetzt hoch oder runter? Alter, ist das riesig. Boah. Ne. Das machen wir später. Ich kann... Boah. Boah. Vielleicht sollen wir es nochmal bei diesen Hirnhüpferdingern versuchen. Das müsste hier oben. Ich glaube... Hier oben gewesen sein. Nein. Boah, die Mucke nervt irgendwie. So. War das hier? Oder war hier das Soundzeug? Jetzt bin ich voll verwirrt. Entschuldigung. Ja, da war das Soundzeug. Hier unten war's nett. Hier? Oder hier? Hier das Plankton-Dings. Hm. Alter, dieser Sound ist echt jetzt... Runter? Glaub ich nicht, hm? Wo zur Hölle sind wir hier? Das ist so unfassbar unübersichtlich im Moment. Hier war's auch nicht, oder? Ne. Ich muss rumraten. Ich hab keine Ahnung, wo das war. Und diesen Kartensymbolen kann ich hier wirklich nichts erkennen. Hier kommen wir, glaube ich, zurück, ha? Ja. Runter. Ich muss es wirklich suchen. Tut mir leid. Und hoch. Ich jetzt... Das kann doch nicht so schwer sein. Das kann doch einfach echt nicht so schwer sein. Ich glaube, den müssen wir wecken mit diesem... Ja, definitiv. Boah, das braucht eine Menge. So, jetzt noch fünf. Nur noch fünf, oh, kein Problem. Boah, echt. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Ich find mich hier einfach nicht zurecht. Das ist mir alles viel zu groß im Moment. Und wenn es in einem Tisch... Ich muss aber sagen, okay. Die Karte ist absolut los. Also, tut mir leid, aber... Das... Hey, ich kenn hier gar nichts. Aber... Es passt. Also, irgendwie... Es passt schon ganz schön zur Stimmung. Ah, hier war's. Cool. Wie ging das noch gleich? Oh, ne. So ging das nicht. Ne, nicht noch weiter zurück. Geh hoch. Hoch. Ne. Autsch. So. Jetzt aber, komm. Ne. Ne. Ja. Och, nö, 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 nö. Bitte nicht, bitte nicht. Ja, genau. Verdammte Axt. So, jetzt aber, komm. Nächstes. Punktus, das muss. Komm in Ordnung. Bäm. Na, die Füße. Der absolut logische Flugwinkel. Hoch. Ja, bomb. Hm. Das ist ein Flug. Leute, echt jetzt? So, jetzt aber, komm. Ach, ne, das war ja der Fall. Gut, ich muss zugegenstellen, mich gerade auch ausnehmen. Blödern. So. Du hier. Ne. Ja. Braves Stück etwas. So. Wisst ihr was? Könnte funktionieren, aber dann muss der hier weg. Das könnte gehen. Können wir jetzt hier tatsächlich. Wow. Mein Gott. Oh. Gott. Hey, wir haben noch so ein Ding. Ganz ruhig. Fuck. Der kann sich nicht bewegen. Das heißt... Das heißt, ich habe keine Ahnung. Können nur auf den hüppen. Da kommen wir aber zurück. Ja, gut. Ne. Njam, njam, njam. Geh weg. Ups. So. Hier. Ah, der kann nur... Der kann nur... Hm. Klasse. Wer stand jetzt falsch? Der kann nicht weg. Der kann weg. Ganz schönes Nervenspiel, irgendwie. Willst du mich verarschen? Wie soll dat gehen? Ah. Nein. Nein. Boah. Na gut. Aber allzu viel fällt, glaube ich, nicht mehr. Eben. Diese Try-and-Error-Sachen. Echt. Puh. Das macht keinen Sinn. Du kannst da gar nicht weg. Du kannst nur vor und zurück. Klasse. Das macht keinen Sinn. Der Kerl hier müsste nach unten, dass das gehen würde. Oder der. Irgendwie. Irgendwas müsste hier gehen. Ah. Gut. Das ist schon mal der Anfang. Wieso geht dat nicht? Müssen wir... Vielleicht so? Ich hab keiner. Jetzt müssen wir verarschen. Jetzt plötzlich können wir ihn überhalten. Jam, jam, jam. So. Jetzt komm. Ne. Nicht zurück. Wieso kam... Wieso kam dieses... Ja. Oh. Das war falsch. Ach komm. Das kann doch nicht zu schwer sein. Ja, wenn wir... Wir müssen irgendwie in diesem Baum vorbei. Aber wie? Obenrum... Nehmt ich mal nicht. Weil... 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 Weil ich es nicht glaube. Kann der weg da? Ne, der kann nur da bleiben. Vielleicht müssen wir auch oben durch. Runter. Und dann hier. Und dann so. Äh, was sind denn all die unten? Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Echt. Also ich könnte nicht weniger Ahnung haben, was man jetzt tun muss. Die Mucke nervt mich im Moment so richtig. Alter, echt jetzt muss man da rundherum. Ja, bei drei übereinander kann man da mit stapeln. Vielleicht stimmt der Winkel einfach nicht. Ja, gut. Das ist natürlich... Der absolute Hammer, echt. So, jetzt geh nochmal zurück. Du dreckst viel. So. Boah. Echt. Komme ich hier nicht mehr weg? Nee. Der kann nur in diese eine Richtung. Das sind wir hinten. Okay. Ich heb's auf. Ich hab' nicht die blasseste Ahnung, wie das gehen soll. Ich komm' nicht mal mehr zurück. Also ich mein', das ist ja der Hammer. Okay. Ich komm' hier nicht mehr weg. Ich bin einfach zu dumm für dieses Spiel. Leute, ich mach' nen Cut. Und ich glaube, ich bin mir sogar ziemlich sicher, ich werde Botanikula nicht abbrechen. Glaub ich nicht. Aber ganz sicher pausieren. Echt. Ich... Zwischenpaar, also etwas dazwischen anfangen könnte. Was kurz ist, weil da kommt ja Empire. Und dann sieht man sich in einem anderen LP. Die vier Helden verabschieden sich. Und ja. Dazu kann ich nur noch sagen, kauft dieses Spiel nur, wenn ihr solche Rätsel mögt. Wenn nicht, dann lasst die Finger davon. Weil ich hab' jetzt echt keinen Bock mehr. Also, tut mir leid, es geht irgendwann noch weiter, aber nicht in nächster Zeit. Man sieht sich, bis bald und bye.